Jetzt ist es Zeit, dass die Party beginnt. Solange ich hier bin, wird Ihnen das nicht gelingen. Sie sind zu spät. Dachten Sie wirklich, ich finde es nicht heraus, Agent Dunbar? Ehrlich jetzt? Wer bist du? Du wirst dich an mich gewöhnen. Ich habe gerade den Countdown eingeleitet. Wir müssen die Waffe deaktivieren, bevor sie den Server zerstört. Na dann los, Beeilung! Babi! Sie ist ein Toast. Sie ist ein Toast. Du bist zu spät. Das ist die EMPT. Sie stört die Signale. Oh nein! Mit Kirsch und Violet! Die EMPT-Waffe kann man nicht mehr ausschalten, wenn sie einmal in Betrieb genommen wurde. Wenn wir wenigstens einen der Juwelen rausbekommen, halten wir das Ding vielleicht an. Ein elektromagnetisches Feld hält Sie fest. Barbie, versuch's mit dem Gliss. Nichts zu fassen. Mitglied vom Gliss. Tschüss. Sie ist ein googling. Sp